servus und willkommen zu einer neuen folge von gt new horizon ja wir sind immer noch in einem schönen lich tower ich hoffe ich spreche das richtig aus meine leben haben sich regeneriert ich setze mal die sinne schneller wieder weg als ich sie regeneriert habe sag ich doch wenn ich eins hast ne ist es feuer und hunger ist auch weg das wird ja schnell ich muss wieder versuchen schnell nach oben zu kommen der nächsten anschen auszuschalten ja ich bin gleich mit der tot auf dass ich ihn erwischt habe weg du auch hast mir meine ruhe braucht zehn minuten um meine herzen aufzufüllen wir brauchen nicht mal drei sekunden um mich zu killen er ist ja gut hier weg genau die zweite wo ich nicht brauchen mit der eine vergiftet der andere verbrennt ist es es wir sehen ich will mit euch nicht spielen ich mal auf spaß jetzt gehen wir mal hier rüber versuch mal jetzt auszufackeln dass mir da auch keiner mehr auf den geist geht wir gehen weiter halt erst mal in der steintrippe weiter wir sehen schon fast oben wird es gleich so fatal werden aber ich gehe wieder runter aber wir haben ja zwei treppen ich habe keinen bock dass ich von hinten dann erschlagen werde nenne das muss nicht sein muss es nicht herausfordern er ab hier aber bevor ich gegen den feiten auch mal ein bisschen aufladen kann ich ja mal gucken kann ich ja mal gucken für euch aber ich sehe keinen mich hält dich so lang ich habe auf jeden fall bei der steintrippe runter bei der steintrippe hoch ich habe mir gedacht ich fahre gleich runter ich bin mir gerade nicht sicher ob ich eventuell den trank nach draußen hab oder ob ich den in die bücherei hab so portion of healing wird wieder mein problem sein dass ich was zum essen brauche ja was wir gerade hatten ob ich hier noch was zum essen rum fliegen lasse ich auf jeden fall was ich werde eintrauben da hinten habe ich glaube ich noch mal was gesehen ja müsste ich auf jeden fall genügend essen haben bis ich wieder abgebaut habe auf das jetzt nicht zu viel nachspawnt ne dann habe ich ja das richtig ausgefackelt da brauche ich nicht hoch auch nicht mal nachdenken ich schlage gleich mit dem blumenkohl rucksack weg fackeln hin ja ich hoffe dass ich halt jetzt auch dann ist den krank erwischt hat sich ein brauch ein treppel weiterlaufen dann wenn ich jetzt noch nicht immer nichts loch erfindet also ich tue mir dann dahin ich kriege jetzt bestimmt auf die ja man noch mal eine fackel hin auf ihn mit gebrüllen hat noch ein schwert gewonnen so was habe ich denn alles bekommen ich habe eine litstoffe bekommen ein bisschen goldrüstung ich habe mein of funyx bekommen of funyx ist cool habe jetzt ein crafting table sozusagen noch zusätzlich dabei aber das was halt traurig ist ich habe gerade mal ein einziger mit troffi bekommen aber nicht bei uns habe ich fünf und ich brauche vier das ist sehr gut aber wir haben schon mal alles dann sage ich ja sobald man tankers hat ist der da ein witz weil normalerweise muss man ja die diese kugeln die war auf einen schießt zurückschlagen und seine und vier mal das hat jetzt schilder halt kaputt gehen und ja und dann auf ihn drauf kloppen sobald die schilder weg sind ja wenn man halt aber eine waffe hat die sozusagen die rüstungspunkte kaputt macht dazu wie ein rapier dann ob man halt auf den 45 mal drauf ist die ja die schilder weg sind und dann zweimal mit dem carbon crossbow und dann ist das ding halt gewalt hat dem nicht gefallen aber mir ja wenigstens einnehmen so hier haben wir jetzt schon mal alles draußen es wird auf jeden fall interessant alles dann zu sammeln das heißt jetzt hier wieder das weg habe ich den kaktus jetzt auch eingesammelt ja hier kann man bücher wollen dann spielen schlimm ist ja ich muss das mit der picke machen ich glaube ich drei bücher immer raus und ja dann wird das inventar schnell voll und ich glaube das ist stackable 16 und nämlich halt die bücher mit auf jeden fall kann ich mir den zauberstab machen und zu den nächsten und ich habe auch genügend punkte dafür das heißt ich stelle jetzt mal schnell dahin meist mal das rein was ich auf jeden fall mitnehmen will und dann mache ich mir hier mal ein waypoint das ist glaube ich z egal mache ich erstmal raute litsch und besiegt genau so dann kann ich meinen death point remove super habe ich jetzt natürlich nicht sondern ich habe jetzt was anderes remove mit meinem glück habe ich jetzt irgendwas weg was ich brauche immer wieder typisch ich brauche ich j das heißt ich muss jetzt der oberwelt einfach geradeaus laufen bin nur zweimal gestorben und das am anfang weil ich mal wieder nicht klar kam mit was muss ich drehen wo muss ich hinrennen und habe eine einzelne tür nicht erwischt weil mein männchen zu breit ist bin schon mal froh dass der wald nicht ausgebrannt ist echt weil das werden großfeuer geworden weil vorher werden rufen müssen guten tage minecraft brennt was kann ich denn tun ja wir sehen im portal ober wird und zurück naja wie gesagt zauberstab die nicht gerne bauen bei denen habe ich nämlich den zweiten den großen dann kann ich sozusagen wieder beide füllen und beim nächsten mal kann ich dann den den goldenen bauen also den richtigen bauen den fuchsger glaube ich dann weil der fuchsger mich dann auf jeden fall weiter bringt das lager muss ich noch weiter bauen auch gut so viel zu machen aber wir sind jetzt zu mehr habt ihr in der letzten folge mitgekriegt ja wasser tanz wie gesagt ich hoffe dass das für euch so in ordnung ist dass wir das so gemanagt haben also wie gesagt wir haben ja drüben also die anderen zwei mal genau so lange gespielt wie ich sogar länger weil ich habe ja am anfang drüben auch mitgemacht beziehungsweise ja auch mit nur am anfang sondern bis zum schluss eigentlich aber halt nur noch gedämpft wenn die anderen halt ja eine woche sich hingestellt haben und das zeug durch zu hauen er bin ich ja dann am wochenende einen tag dabei gewesen den anderen die andere zeit war ich dann hier und wie gesagt ich merke es ja schon weil ihr holt ihr auf also ihr wart ja sozusagen 33 wochen drei wochen immer so drei bis vier wochen hinten dran ja sind fast zwei weil ich halt nicht mehr hinterher gekommen bin die sachen soweit vorzubereiten das mal weitermachen können 11 maschinen hall das brauchen wir dann für den nächsten battery buffer und das schwert was ich mal da rein und für den nächsten zauberstab das war der falsche steht hier irgendwas zauberstab mäßig und caps zwei stück es sind aluminium schrauben gold ring als folie ok ok so du das mal da rein so das ist ein rot ich brauche jetzt noch bitte die bowls du brauchst den ring ja muss ja sowieso jetzt öfters machen weil sie das auch braucht wahnsinn wie lang dass das dauert ne ich freue mich gerade dass ich gerade das sozusagen noch im hinterkopf mir gemerkt habe ich brauche es ja zweimal also du kommst da hin da hin da hin ja reicht natürlich nicht der scheiß ist natürlich jetzt die quest ne weil ich müsste jetzt eigentlich iron caps machen ja die mache ich auch also den ganzen scheiß was ich jetzt gemacht habe nochmal eisen schrauben ich brauche acht iron rings brauche ich zwei und eisen folie ich nehme jetzt sicherheitshalber vier mit ich habe zwei caps hoffe ich dass ich den den rot noch da hab ja wohl habe ich brauche ich die lidsch bones und stainless steel screws habe ich ja ein bisschen das heißt wenn ich jetzt die dann durch habe kann ich mir gleich die schrauben machen da rein und aus dem rucksack brauche ich jetzt dann da hin und dahin sauberstab kommt rein das habe ich sozusagen einen zweiten das ist halt der der kapazität von 25 hat und der hat jetzt schon 50 jetzt muss ich dann wenn ich jetzt den dann voll habe kann ich mir dann den mit den gold caps bauen kann denn er auch schon auffüllen durch den kleinen ich mache jetzt mal das rezept schon mal rein man sieht es füllt es dann halt auf und wenn ich den halt voll habe dann mache ich sie halt gleich dass man dann auch beim nächsten mal den den anderen macht weil wie gesagt ich brauche ja ich brauche noch mal ein ein great wood ein great wood teil hier ich brauche noch mal ich brauche die zwei caps also schon mal dass das sind schon mal 40 und das ding sind auch noch mal 20 also das heißt ich brauche schon mal 60 und dann haben wir schon mal den besseren wand um auch sowas aufzumachen so was mir auf jeden fall auch machen werden da müsst ihr mir auch mal reinschreiben wie ihr das mit den bienen haben wollt soll ich euch immer nur zeigen wie man eine biene züchtet also dass ich dann sage okay wir machen jetzt eine common solange ich dir noch nicht habe zeige ich euch das mal wie das geht oder habt ihr da andere ideen also ich für mich würde ich die kamen auf jeden fall so halt machen weil wir müssen und das ist halt das perfide grad wir müssen jetzt so schnell wie möglich die die nächste stufe erreichen also sozusagen wir müssten jetzt eigentlich moment ich kann es mal zeigen mal aus es gibt ja die kult es gibt ja die kamen es gibt die kultivated rural edit decaying rusty leaden farmed fermented saffron das ist jetzt bestimmt die letzte die ist gar nicht mehr drin haben wir ja mal wieder glück es gibt ja es gibt ja es gibt ja drei verschiedene bienen die es nur zu ganz gewissen zeiten gibt das ist ja einmal die tipsy queen die gibt es zwischen 27 dezember und 2 januar und die leporin queen die gibt es nur zwischen dem 29 märz und dem 15 april ja und da habe ich ja gesagt also wir werden jetzt erstmal mit den bienen anfangen müssen weil das ist einfach nur eine meadows und eine forest zusammen und da hast du halt eine 30 ähm dann habe ich halte 30 prozentige chance die zu kriegen wenn überhaupt was das ist die great chance pristine 30 prozent des chance äh 80% ja ganz ganz toll da muss ich halt dann schauen dass ich da wenigstens also die rein 30 krieg und ja das kann halt sein dass ich drauf ihr habt jetzt gesehen wie sie geht wie gesagt es sind einfach nieder zusammenwerfen aber wir müssen als vorher bienen sammeln das meine ich damit wie gesagt wir haben wir haben nur noch ein paar tage dann ist der 15 und dann gibt es die halt nicht mehr und ich weiß halt nicht weil im single player weiß ich dass man glaube ich übers windows datum steuern kann ich weiß jetzt halt auch nicht ob dream so nett war und diese biene als 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 möglichkeit drin hat dass man sie bekommen kann keine ahnung werden wir irgendwann entdecken auf jeden fall wollen wir halt diese biene hat auch bekommen eine eierlegende biene tut zwar ziemlich weh aber naja jederzeit spaß und wir machen ganz kleine eier ja genau und dann haben wir hier noch also habe ich noch den tank ausgetauscht habe ich jetzt auch super tanking geballert weil der ist ja schneller voll als ich gucken kann und da kann ich mich dann noch immerhin stellen und ja lasst das machen wie ein kranker da habe ich keine lust zurzeit drauf ok dann haben wir das dann haben wir das dann haben wir das ja den strom anschließen müssen auch noch mittlerweile haben wir noch ein zweites habe ich die einmal dabei ja weil es besser war das kann ich jetzt dann auch mal ab anzapfen und diese ganzen water tanks dass man es halt gemacht haben die packen wir jetzt dann hier auch noch rein bis auf jeden fall dann reichen wie gesagt und dann haben wir ja alles und dann kann das ganze wasser von da oben auch weg wie gesagt strom ist mal reinlegen dass der auch die ganze zeit ist dann das produziert und dann können wir mit dem mit der erzverarbeitung anfangen und mit der chemie fabrik hat auch noch witzig vor allem jetzt wird es witzig wie schnell dass das hier alles gerade ist könnt ihr euch schon darauf freuen ja 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 so dann wird die folge heute ein bisschen kürzer habe ja nicht gedenken können dass ich den löschen schnell klatschen ich habe nämlich nichts mehr anderes soweit vorbereitet und blöden dagegen rumlaufen braunig für was großes anfangen fehlt mir noch die zeit ja und ich habe so gesagt wir werden mal so 30 minuten folgen jetzt auch haben haben wir erreicht bestimmt auch nicht schlimm wenn ihr nach 30 minuten mal mich dann schon vorbei habt können dann noch schöne weitere videos von mir gucken und wenn ihr euch die an der playlist anschaut dann könntet ihr rund um die uhr laufen lassen habe ich nichts dagegen ja und dann heißt zu mir nur noch vielen dank fürs zuschauen und bis zum nächsten mal tata